Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Filmfreunde. Ich wünsche euch heute am Karfreitag natürlich einen schönen und erholsamen Feiertag. Und an alle, die heute oder über das Wochenende und an den anderen Feiertagen noch arbeiten müssen, denen wünsche ich natürlich eine möglichst stressfreie Schicht. An alle auf jeden Fall schon mal an der Stelle noch frohe Ostern. Und dann steigen wir auch direkt ein mit dem ersten Film und Stierburg. Hier haben wir Godzilla und Kong The New Empire. Der Film startet ja bei uns am 4. April. Nächste Woche meine ich in den Kinos. Und es gibt ja schon einige Stimmen dazu international. Die fallen alle sehr, sehr positiv aus. Also das ist natürlich erfreulich. Natürlich ist von einem absoluten No-Brainer die Rede, wo man Logik ja nicht auf die Goldwaage legen sollte. Das ist klar, aber der Film soll richtig viel Spaß machen. Es gibt richtig geile Monster-Fights und es kracht richtig im Kino. Und so muss das Ganze sein. Also den werde ich mir dann selbstverständlich auch auf der großen Leinwand angucken. Der ist ja prädestiniert dafür, dass man den zum Beispiel in Leonberg anguckt, auf der größten IMAX-Leinwand der Welt. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es wird auch hierzu ein richtig cooles Stierburg geben. Das sehen wir schon hier bei HMV 4K Ultra HD. Und bei Walmart bekommen wir sogar eine Komplettansicht des Stierburgs mit Vorderseite, Rückseite und auch dem Innenprint. Das habe ich hier nochmal neu geöffnet. Und dann können wir uns das Ganze in Ruhe angucken. Denn diese Vorschaubilder, wo man mit dem Mauszeiger drüber geht und das ganze Größe wird, die mag ich überhaupt nicht. Hier können wir uns das Ganze relaxed angucken. Und wir sehen Godzilla, passend zum deutschen Ausmaßdeko hier. Modisch, ja, wunderbar. Auch die Disc ist hier einheitlich. Man muss es halt mit Humor nehmen. Und dann gucken wir mal, wann das Ganze auch bei uns gelistet sein wird. Und vielleicht schon nächste Woche zum Kinostart. Das gab es ja auch des Öfteren. Aber ansonsten, wenn jetzt hier die Seite von HMV, geht auch immer alles auf, wenn du mit dem Mauszeiger rüber gehst. Aber egal. Aber hier gucken wir uns nochmal eben dieses Frontmotiv an. Und ich finde, das kann sich absolut sehen lassen. Somit kommen wir zum zweiten Film. Und da geht es dann auch um Dune Part 2. Der läuft ja aktuell in den Kinos, bekommt auch hauptsächlich positive Kritiken. Und den muss ich mir eigentlich auch noch im Kino angucken. Mal sehen. Es sind ja aktuell auch Ferien. Und da ist nämlich auch noch ein bisschen zusätzliches Programm angesagt. Das ist ja klar. Auf der Seite von HMV bekommen wir auch schon eine richtige Vorschau von der Vorderseite, der Rückseite und dann auch dem Innenprint. Dieses coolen Steelbooks. Da können wir mal draufklicken. Und dann sind wir hier eben mit beiden Seiten, mit der Vorderseite und der Rückseite. Und da haben wir dann auch noch den Innenprint. Und ja, schaut auf jeden Fall schon mal richtig schick aus. In Deutschland bekommen wir ja dasselbe Steelbook. Das sehen wir hier zum 29. Mai bereits 2024. So zumindest laut Listung auf Amazon.de. Da ist das Steelbook, wie wir gerade gesehen haben, gerade nicht bestellbar. Aber alternativ kann man sich das Ganze hier auch noch bei Mediadealer bestellen. 34,94. Da kommen allerdings noch mal 1,99 Euro Versandkosten hinzu. Dann wird es auch noch eine zweite Steelbook-Variante geben bei uns in Deutschland ohne Vika. Die sehen wir hier. Und die ist bei Amazon natürlich auch nicht bestellbar. Da gibt es aber alternativ die Möglichkeit, sich das Ganze beim Mediamarkt und beim Saturn zu bestellen. Leider gibt es hier noch keine weiteren Vorschau-Bilder. Zumindest habe ich keine gefunden. Denn wenn wir hier uns die Listung auch bei den Italienern angucken, zum Beispiel beim DVD-Store, dann ist hier auch nur die erste Steelbook-Variante abgebildet. Preislich natürlich etwas attraktiver. 29,99 Euro. So viel kostet das Ganze auch bei Amazon Italien. Da kommen dann allerdings noch mal Versandkosten von 4 bis 5 Euro mit dazu. Die haben auch die zweite Steelbook-Variante hier gelistet. Und im Shop und genauso wie auch bei Amazon Italien ist hier ebenfalls noch eine dritte Steelbook-Variante gelistet. Aber auch hier, wie bei Amazon Italien, leider noch ohne Vorschau-Bild. Weiter geht es mit dem nächsten Film, der aktuell in den Kinos läuft. Da aber eher gemischte Gefühle bei den Zuschauern und Kritikern erzeugt. Die einen finden den absolut grottig. Die anderen finden ihn ganz okay und unterhaltsam. Und somit ist hier die Rede von Ghostbusters Frozen Empire. Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt. Und ob ihr hierzu eine Empfehlung aussprechen würdet. Oder lieber davon abraten würdet. Wie immer zählt natürlich, ja, hier sich selbst ein Bild davon zu bilden. Aber einige von euch waren ja mit Sicherheit schon drin und können hier natürlich auch gerne ihr Feedback dazu abgeben. Es ist ja sowieso krass, wie die Meinungen bei Filmen auseinander gehen können. Das habe ich am Roadhouse-Remake auf Amazon gesehen. Ich fand den Film geil, der gute Willi fand ihn auch geil. Absoluter No-Brainer, da müssen wir nicht darüber reden. Und er greift ja auch nicht irgendwie das Original oder Sonstiges an. Aber ich habe dir mit dem Film einfach eine gute Zeit und Spaß. Und in den Kommentaren gab es da auch einige, denen ging es genauso. Und andere wiederum fanden den fürchterlich und grottig. Und haben ihn schon nach einer halben Stunde ausgemacht. Das ist auch vollkommen okay. Deswegen quatschen wir ja auch darüber. Und ja, mal gucken, was dieser Quatsch hier kann sozusagen, um das Ganze wieder aufzunehmen. Am 10. Oktober ist es soweit. Dann erscheinen zwei Steelbook-Varianten bei uns in Deutschland. Die gibt es beide im Play-and-Pictures-Shop zu erwerben. Eins davon ist nicht exklusiv. Nicht exklusiv, das andere schon. Und da gibt es jetzt im Netz schon ein paar Produktvorschaubilder. Ja, die sind jetzt hier aufgetaucht. Und da können wir uns auch schon die Vorderseite, die Rückseite und auch den Innenprint angucken. Das ist doch wunderbar. Da müssen wir die Katze nicht im Sack kaufen. Und hier haben wir dann die zweite Cover-Variante. Ja, und da sehen wir, dass diese hier Shop-Exklusiv ist. So sieht das Ganze aus. Ja, ebenfalls 4K Ultra HD ist hier angekündigt. Und da haben wir dann auch das Produktvorschaubild eben hier komplett. Ja, was soll man sagen? Der Innenprint ist hier auch fast gleich wie das Backmotiv. Das ist natürlich schade. Also wir sehen hier eigentlich das Motiv einmal von außen und dann einmal noch ein bisschen abgewandelt innen drin. Das ist natürlich auch nicht gerade mega kreativ. Schade, auch dass kein Titel draufsteht. Immerhin soll laut Angaben im Netz das Zielbuch glänzend sein. Genauso wie auch diese Cover-Variante. In American Sniper von Regisseur Clint Eastwood und auch mit Bradley Cooper in der Hauptrolle als Chris Kyle geht es um einen Scharfschützen, der seine Kollegen im Irakkrieg beschützen soll. Das auch wunderbar macht und dort eben zur Legende auch wird. Bekommt dann auch diesen Spitznamen. Aber selbstverständlich bleibt dem Feind sein Tun hier nicht verborgen. Und so wird dann auch noch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Richtig krasser Streifen, der auf der wahren Geschichte von Chris Kyle eben beruht. Und dazu wird es jetzt ein 4K Ultra HD Steelbook geben. Das erscheint dann laut Angaben im Internet oder zumindest im Ausland hier zum 23. Mai 2024. Unter anderem auch in einer richtig geilen Ultimate Collectors Edition, wie wir das Ganze eben hier in Italien haben. Da ist das Steelbook mit drin. Dann gibt es auch noch ein paar weitere Gimmicks, wie Booklet, Karten und so weiter und so fort mit dazu. Das seht ihr hier nochmal oben aufgelistet. Und diese Ultimate Collection ist allerdings bisher noch nicht in Deutschland angekündigt oder zumindest noch nicht gelistet. Was man sich das Ganze importieren möchte, muss man genauer hinschauen. Denn laut Angaben auf Blu-ray-Disc.de hat hier der Italien-Import eben keine deutsche Tonspur mit an Bord. Das kann sich natürlich noch ändern, aber laut aktuellem Stand eben leider nicht. Guckt man da rüber zu HMV, dann hat man hier auch nochmal die Listung. In Großbritannien erscheint auch bei Zavi und auch bei Amazon UK. Und hier unten haben wir dann noch das Steelbook abgelichtet. Das finde ich cool, dass wir hier auch eben noch die Vorderseite und die Rückseite sehen und auch den Innenprint. Da gab es ja bei uns leider in Germany leider keine weiteren Bilder dazu. Aber ist ja schön, dass wir eben hier im Ausland immer wieder noch ein paar Alternativen haben. Und wenn wir hier runtergehen, dann wird hier ebenfalls nochmal alles aufgelistet. Und wenn wir hier bei den Extras gucken, dann sehen wir eben bei den Sprachen Deutsch bei der 4K mit dabei. Zumindest laut Angaben hier. Und dann gibt es auch eben Untertitel auf der 4K und auf der Blu-ray ebenfalls auf Deutsch. Also das ist schon mal recht interessant. Da kann man sich das Ganze, ja HMV glaube ich, versendet nicht nach Deutschland, aber Amazon UK. Okay, und da kostet das Ganze dann aber 44,99 Pfund. Ja, das ist schon mal ein richtiges Pfund, wenn wir auch noch hier die Versandkosten mit dazu rechnen. Dort erscheint das Ganze aber dann zum 13. Mai. Also ich gehe mal davon aus, dass hier dann dementsprechend auch das Datum bald abgeändert wird. Und das dürfte dann auch bei uns in Deutschland hier zumindest das Steelbook so Mitte Mai rum erscheinen. Dann habe ich noch drei Steelbook-Angebote für euch herausgesucht. Das erste wäre hier Mission Impossible Dead Reckoning Teil Nummer 1. Und das Standard Steelbook, das gab es hier immer zum Preis von 25 Euro. Relativ teuer, zumal es hier auch keine besonderen Veredelungen gibt. Was recht schade ist, die Mission Impossible Reihe in den Steelbooks ist ja eh sehr durchwachsen. Es gab ein paar richtig geile geprägte Steelbooks, auch bei uns in Deutschland. Dann auch ein paar nicht geprägte Steelbooks. Dann wiederum ein paar Top Steelbooks im Ausland. Dann in 4K, dann ohne 4K. Jetzt auf jeden Fall hier der richtig coole Streifen, der mir im Kino gut gefallen hat, zu dem ich auch eine ausführliche Kritik verfasst habe. Der ist dann hier im Angebot. Ja, für 19,87 Euro ist jetzt immer noch nicht so das Megaschnäppchen, aber immerhin. Und dann haben wir hier Saw im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook. Ja, 18,27 Euro wäre vielleicht eine Überlegung wert, hier mal auch abzudaten auf 4K. Ja, haben wir hier ein weiteres Vorschau-Bild? Leider nicht. Okay, da steht allerdings dran, versandfertig in ein bis zwei Monaten. Aber bei Interesse einfach bestellen, das kommt meistens dann schon früher. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass nur noch wenige am Start sind. Und dann haben wir noch die Legende sozusagen unter den Steelbooks, nämlich Manta Manta 2. Teil. Ein wahnsinnig kreatives Steelbook. Also das ist schon wirklich einzigartig. Das haben wir so noch nie gesehen. Das habe ich euch ja schon vorgestellt in einem Video, inklusive auch einer Review. Ah, da gab es noch einen kleinen Seitenhieb natürlich an Beheld. Er hat sich dann auch in den Kommentaren gemeldet, versteht aber natürlich den Spaß. Und ja, so muss das auch sein, dass wir hier auf YouTube ein bisschen Gaudi haben. Umso schlechter der Film, umso lustiger die Review eigentlich. Aber genauso verhält es sich auch mit dem Steelbook-Unboxing. Und wenn man sich hier unten drunter noch The Batman anguckt, ja, mit diesem geilen geprägten Steelbook und den ganzen Gimmicks, dann sieht man mal, wie es geht und auch, wie es nicht geht. Turbine Medien hat dann ebenfalls noch eine Aktion gestartet im Shop. Eine Osteraktion, ihr seht es hier, 46 hasenstarke Angebote. Also da kann man dann auf Hasenjagd gehen, als guter Eis am Stiel Liebhaber. Und hier gibt es dann alles von Keep Cases über auch Turbine-Steels. Ja, das passt hier noch mit rein ins Video. Ja, wie zum Beispiel Bang, Boom, Bang hier oben im Turbine-Steel. Aber natürlich auch jede Menge, ja, noch Special-Editions und auch Mediabooks. Und das sind durchaus ein paar interessante Sachen mit dabei. Vor allem, wenn man bis ganz runter scrollt. Denn dort unten hatte ich vorhin zumindest noch was Cooles entdeckt. Und zwar Vanilla-Eyes hier. Mediabook, Leather-Jacket hier. Das ist auch geprägt, schickes Teil. Und das ist jetzt hier drastisch reduziert von 35 Euro auf 17,95. Das ist schon mal ein richtig geiler Preis. Der Film, ja, ich mag den Film. Für andere ist es natürlich auch wieder so ein total cheesy. Ach, komm, hör mal auf mit dem scheiß Film. Aber ich mag den Film, bin damit aufgewachsen. Auch mit der Musik kann damit was anfangen. Und ja, wenn man nichts damit anfangen kann, dann gibt es ja noch genügend andere Filme zu gucken. Speziell über die Feiertage. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.